Ah ja, einen Tree-Tab wollte ich. Tap-Tap. Tap-Tap. Oh, ich höre von der Labe. So, wir biegen jetzt gleich mal hier ab. Ich glaube, da kommt dann eh nichts mehr. Ja, wirklich. Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, da kann natürlich sein, dass ich jetzt, wenn ich noch die nächsten paar Blöcke ein bisschen was abbaut, dass dann... Hier, was? Überfühlt Diamanten. Aber wenn ich in die andere Richtung eben grab, kann es natürlich auch sein, dass er überfühlt Diamanten, 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 Diamanten. Nice. Zum Glück habe ich das abgebaut. Oh, geil. Ja, Mats hat halt Glück. Oh ja. Gut für mich. Oh, vier Stück. Nice. Was? 26, Alter. Oh, Junge, Junge. Komm uns mal hier entlang. Tap mal die Bäume. Jo. Schnack. Diamanten. 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 Zum Glück bin ich abgebogen. Wuhu. Du hast jetzt nicht abgebogen und hättest jemanden gefunden. Boah, zum Glück bin ich's nicht abgebogen. Wuhu. 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 Vier... Fünf Stück. 31. Erst. Äh, mach mal weiter hier. Ja. Soll ich jetzt deine Schnauzechen gleich vor allem selber fahren gehen? Wir brauchen viele Diamanten, Matze. Ja, ich weiß. Viele. Oh, mein Splitshack ist gleich am Arsch. Ich muss mich hochbauen. Oh, fuck hier, Mann. Außer, ich baue mir hier kurz... Äh, jawohl, ja. Ich weiß dabei, was ich brauche. Ähm, das hier weg. Zack. Ofen. Zack. Zack. Wuhu. Dann kommen wir uns hier mal so lang weiter. So lang das brennt. Brennt. Ich brauche Diamanten jeden Tag. Ich brauche Diamanten, so wie ich mag. So. Ich baue mich mal hier in den... ...den Dinger darunter. Die Höhle des Löwen. Jo, alles klar. Also entweder alles oder nichts. Es ist jetzt. So, dann nehmen wir den Ofen, nehmen wir mal mit. Ach, hab ich keinen Platz mehr. Dann... ...der Knochen weg. Hö. So. Dann scheiße auf den Ofen. Hö, Knochen. Krasser Typ. Oh ja. So. Dann würde ich sagen... Ich gehe gleich wieder zurück. Zack. Wenn ich hier jetzt auf der Strecke keine finden mehr... ...dann gehe ich noch raus. Dann biegst du ab. Ne, ne, dann gehe ich... ...komme ich zurück. Okay. Das sind keine. Schade. Weil ich bin noch voll. Und ja. Ja, das weiß ich. Ne, ne. Heute nicht mehr. Ne. Alter. Ne. War doch gut. Glück nicht. Hä? War doch gut. Ja, es war irgendwie lustig. Komm, lass mal liegen. Scheiß drauf. So. Was gut ist, wenn man sich hier so langsam runterbauen, dann nimmt ein Vulkan. Dann... ...hat man es immer hell. Das stimmt. Weil ich glaube... Ist das so viel... Ist das so viel Ding, oder was? Ähm. Also man kann sich runterbauen, ja. Und... ...für jeden Block, der mal runtergeht, ist es wieder ein Block Lava. Okay, krass. Alter, ich baue mich direkt... ...über einem Lavasee hoch. Das geht nicht. Ich muss zurücklaufen. Fuck. Und was? Ich hab die... ...Zellen grad in die Lava geworfen. Ach was? Und nicht die Magma-Zellen, sondern die... ...aus Zinn. Warum das? Aus Versehen. Wie? Ich hab die... ...diesem Crafting-Kästchen da gehabt. Oh, 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 oh. Ich bin halt mit Escape raus und dann hat er die da reingebrochen. Einen Tag mit Profis arbeiten. Das kann nicht sein. Ist ja dein Traum, hm? Ja. Mein Raum. So. Ne, so. Ah, hier war ich ja drüben. Ah, da drüben. Geht's zur Base. Ich muss ja auch da drüben gehen. Was? Geil, das aussieht... Überall diese Lichter da am Boden Was für Lichter? Ja, von den Fackeln Achso, achso, ja man Die Linie Oh, da ist überviel Zinn Zinn Hey Zombie, komm doch rein Also der Vulkan ist voll mit Lava, oder was? Ja man Jetzt hab ich grad ein bisschen gefarmt Also Jetzt wie baut man einen Geothermal-Generator? Geo Ups Guck ich da nicht? Alter Jetzt Geo Zwei Empty Cells Mit Glas Glas? Ne Ne Amir Sand Ne Ah, gucken, ok Ja Was ich stehe Was ich stehe Oh lol, komm ich denn jetzt raus Oh Gott Ach lol, da hab ich mich vorher runter gebaut Haben wir geil Null Null Hä Zinn Ich bin gleich daheim Ich bin gleich daheim, Billy Ja, da ist irgendwo ein Skelett raus Dann hab ich was zu essen Ja, ich hab jetzt nichts gekocht Ne, wie? Ne, ne, das gibt's nicht Warte Warte Ich koch dir schnell was Ja Okay Bauen die Fackel Ja Ah Zuck Jee So Müsst Kados nach oben Mach mal nochmal Kekse Keine Ahnung Ok Glaub mit Kakaobohnen oder nicht? Ja, das schon, aber wie genau Ich verfrag's dir falsch hier Sehe ich aus wie eine Frau? Sehe ich aus wie eine Ja Ja, ok Ja Schon ein kleines bisschen Klar Angefangen beim Bad Ja, es gibt auch Frauen mit Bad Ja, es gibt auch Frauen mit Bad